Was für eine Machtdemonstration. Neun mögliche Punkte in der englischen Woche, neun Punkte geholt, zehn Tore geschossen, keins kassiert. Dieser 1. FC Saarbrücken kann mit Fug und Recht und Stolz von sich sagen, er ist wieder da. Und auch wieder da ist das FCS-Blog mit mir, Carsten Pilger, das unabhängige Block zum 1. FC Saarbrücken. Und wir erinnern uns, in der Hinrunde war das Spiel gegen Rot-Weiß Essen so ein wenig der Anfang vom Ende von Uwe Koschinat. Denn vorher gab es schon Kritik an der Spielweise nach der Niederlage durch das Tor von Felix Götze. War dann auch für Uwe Koschinat, die Luft soll ein bisschen dünn geworden. Und entsprechend unbequem ist dieser Gegner und er wollte es wieder unbequem machen. Die Mannschaft von Christoph Dabrowski hat sich eines Tricks bedient, den wir selber kennen, noch von früher, nämlich genauer gesagt aus dem Spiel im DFB-Pokal gegen den KSC. Damals, wir erinnern uns, lief plötzlich Steven Zähner im Sturm auf. Und heute war das ähnlich bei Essen. Da lief nämlich der Kapitän und eigentliche Verteidiger Felix Bastians plötzlich im Sturm auf. Warum macht das eine Mannschaft? Ich bin jetzt auch nicht ein lizenzierter Trainer oder Fußballlehrer. Ich glaube aber vom Zuschauen da zu erkennen, wenn man das macht, da will man einerseits sich natürlich der Größe des Spielers bedienen. 1,88 ist Felix Bastians groß. Der soll dann natürlich auch zwischen den großen Verteidigern vom FC für Unruhe sorgen, soll ein bisschen unbequemer in Zweikämpfen sein und vorne auch stören. Und die Taktik von Essen war ja darauf ausgelegt, den FCS sehr hoch anzurennen, die auch hinten oft einzuschnüren. Aber so eine Taktik, die geht dann meistens eher nicht auf, wenn man frühes Gegentor kassiert. Und das ist eben passiert in der zweiten Minute. Eckball für den FCS. Die Essener sind im Kopf noch irgendwo anders bei der vorherigen Situation, stellen sich nicht früh genug auf. Und Kasim Rabic, der ist jetzt vielleicht nicht bei Flügelläufen der schnellste, aber er ist sehr schnell im Kopf und sieht Richie Neudecker, führt die Ecke kurz aus. Neudecker auf Oafero, der erste Volley, geht dann halt nicht rein. Da reklamieren die Essener auch noch Handspiel, konzentrieren sich aber nicht auf das Wesentliche, was da wäre, verteidigen. Und so gönne ich es einfach von Herzen, dass Marvin Kuni dann endlich mal wieder ein Tor macht, steht da, wo ein Torjäger stehen muss, hat den richtigen Riecher. 1 zu 0 für den FCS. Genauso gönne ich es übrigens auch Felix Götze, dass er auf der Linie da das Abseits aufhebt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Da hilft auch reklamieren nix. Und in der Folge bleibt aber Essen sehr agil, sehr unbequem für den FCS, versucht wirklich hinten dann doch noch das Spiel durchzuziehen, schnell auf den Ausgleich zu drängen und hat dann eigentlich nach elf Minuten eine hundertprozentige. Flacher Ball in den Strafraum, Bastians verpasst und dann steht plötzlich fast vorm leeren Tor einfach Kefkir und der müsse den Ball direkt nehmen, schafft er nicht und dadurch kann Daniel Batz einfach mit einem Wahnsinns-Doppelreflex den Ball rausholen. Und dieser Daniel Batz wurde ja in letzten Wochen auch von einigen hin und wieder mal kritisiert, vielleicht auch ein wenig zurecht bei einigen Gegentoren. Aber ich finde, einige gingen dann auch ein Stück zu weit und haben gesagt, vielleicht sollte man über die Position mal nachdenken. Ich sage nur so viel, erstmal der ist super wichtig für das Mannschaftsgefüge und eben wenn so eine hundertprozentige Chance kommt, haben wir eben Torhüter, der kann auch mal 101 Prozent geben und das ist dann in so einem Moment entscheidend und das ist der Punkt, da hätte das Spiel auch kippen können und das hatte so einen enormen Anteil am Sieg, wie auch die Leistung von einem anderen, den ich jetzt mal herausheben möchte, Richie Neudecker. Der hat meiner Meinung nach auch sehr aus den Fehlern von vorherigen Wochen gelernt, war ja schon gegen Bayreuth mit seinen Torbeteiligungen fabelhaft und er hat auch heute wieder gezeigt, der war immer da auf dem Platz, wo er den Essener Angriff stoppen konnte, wo er den Ball erkämpfen konnte und hat dann sehr schnell umgeschaltet, denn so eine Spielweise, wie Essen sie gemacht hat, die lässt auch hinten Lücken und die waren oft nicht gut genug abgesichert bei Umschaltspielen. Das FCS haben sich vielleicht auch ein bisschen darauf verlassen, dass da ein Schnelligkeitsproblem ist, aber die sind mehr als einmal dann ins offene Messer gelaufen und hätten auch schon durch Kuni das 2 zu 0 kassieren können. Da hat der Sohn von Richard Goiz, der für Essen im Tor steht, dann eine Glanzparade geleistet. Weniger glänzen konnte er dann in der 36. Minute, da hat endlich Dave Gnase sein erstes Ligator für den FCS geschossen. Da hat die Verteidigung auch so ein wenig darauf spekuliert, dass er doch noch den finalen Pass sucht, aber wer Dave Gnase gesehen hat in den letzten Wochen, der hat immer mal wieder von draußen probiert abzuziehen und diesmal hat es endlich geklappt in Pfosten und wenig Spielern gönnt man das so wie ihm, denn auch er wurde vor allem in seiner ersten Saison beim FCS immer wieder abgeschrieben und er hat es nicht nur beim ersten Tor belassen, sondern hat in der zweiten Halbzeit gleich sein zweites draufgepackt. Auch wieder so eine Situation, wo die Essener viel zu weit aufgerückt waren, hinten nicht so abgesichert waren und Kasim Rabihic wirklich bis an die Kante des Strafraums gehen konnte und er hat eben auch einen sehr guten Blick für den Mitspieler, bedient Gnase, Ball dann noch abgefälscht, Tor 3 zu 0 für den FCS, ist in diesem Moment eigentlich das Spiel schon gewonnen, denn man hat vor allem aus den letzten Wochen gelernt, da habe ich ja häufiger mal auch gesagt, die Spiele wurden nicht unbedingt verloren, weil man hinten schlecht gestanden hätte, sondern weil man vorne zu fahrlässig mit den eigenen Gelegenheiten war und heute gab es deutlich weniger klare Torchancen als in anderen Spielen zuletzt, aber man ist wirklich sehr gut mit denen umgegangen, hat sehr effizient gespielt und hat auch nach hinten mal wieder wenig anbrennen lassen in der 77. Minute, hat dann Essen noch einmal eine große Chance, vielleicht einen Anschlusstreffer zu machen, aber da ist auch Daniel Batz wieder im 1 zu 1 überragend und so insgesamt ein sehr, sehr verdienter Sieg für den 1. FC Saarbrücken und ich bin gespannt, wohin die Reise jetzt noch weiter geht. Man ist mittendrin immer noch im Kampf um die vorderen Plätze und das hat man meiner Meinung nach jetzt auch der Tatsache zu verdanken, dass er wirklich genau geguckt wurde, woran hat es gehapert in vorherigen Spielen, wo er eigentlich die Leistung öfter mal gut war, aber das Ergebnis nicht so zufriedenstellend oder wo hinten auch durch die Hereinnahme von Manuel Zeitz die Abwehr sicherer geworden ist, aber man trotzdem die Punkte zu oft hat liegen lassen und ich finde auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, ist eben diese Unterstützung, die es gab von außen, von den Fans. Christoph Tautz hat die 9-Punkte-Woche ausgerufen und die trat ja letztlich ein und obwohl es sehr viel Unruhe um den Verein herum geht, haben die Fans einfach gesagt, wir unterstützen das weiter und wir sind bedingungslos hinter dieser Mannschaft, denn die Mannschaft kann ja auch nichts dafür, dass es im Präsidium zum Beispiel immer noch nicht so Klick gemacht hat und da weiter die Strategie nicht etwa Transparenz ist, sondern ich habe so das Gefühl, dass die Herren Ossaman, Pitino, Weller jetzt so ein bisschen darauf hoffen, dass Gras über gewisse Sachen wächst, man hört auch weniger vom Campus oder ähnliches und da liegt meiner Meinung nach jetzt weniger ein Anteil dafür, dass es diese Woche so gut gelaufen ist. Da sollte man vielleicht eher noch mal drüber nachdenken, ob das weiterhin so eine Strategie ist, die sich langfristig auszahlen wird, glaube ich nicht wirklich. In diesem Sinne, ich bin gespannt, wie es mit dem FCS weitergeht und wie es weitergeht mit dem FCS-Blog dazu auch noch ein paar Worte. Ich habe ja schon letztes Video gesagt, falls jemand einen guten Einblick in die J1-League hat oder vielleicht Groundhopper ist und da schon mal war in Japan, gerne mal melden, da hätte ich ein paar Fragen, denn ich werde aufgrund einer Japan-Reise auch drei Spiele im April verpassen. Da wird es dann von mir auf jeden Fall keine Analyse geben. Einige freuen sich jetzt wahrscheinlich, andere weniger, aber ich bin auch offen, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich würde es gerne auf deinem Kanal mal probieren und mal analysieren, meldet euch gern bei mir oder schreibt mir eine Nachricht, dann schauen wir mal. Ich bin für vieles offen, nur ich werde jetzt nicht mitten in der Nacht in Tokio aufstehen und dann FCS-Spiele schauen. Ein bisschen Urlaub muss ja auch mal sein, aber ich werde euch da auch weiter auf dem Laufenden halten und bin natürlich mal wie immer wieder gespannt auf eure Kommentare zu diesem Spiel und zu dieser grandiosen Woche des 1. FC Saarbrücken.